Herzlich Willkommen bei Kröckes E-Berg-Tipps. Wie einige von euch wissen, mache ich beim Stadtradeln mit. Und ja, Stadtradeln. Wir radeln fürs Klima, also wir sammeln Kilometer in Solingen mit ganz, ganz vielen Teams. Ich darf beim Team Birnet & Friends dabei sein und bin echt mega stolz auf meine Leute. Also hier aber Chapeau auch von dieser Stelle ans Team. Ihr seid spitzi. Ihr radelt wie die wahnsinnig. Auch bei diesem super schönen Wetter heute Morgen. Richtig toll. Regnet senkrecht vom Himmel. Ja, das muss auch sein. Und ich glaube, hier wird sich die Spreu vom Weizen trennen beim Stadtradeln, wer bei Sonnenwetter wirklich dann auch noch aufs Rad steigt. Also macht weiter so. Gerade hier Birnet & Friends. Aber auch die anderen. Jeder Kilometer, der auf dem Rad geradelt ist, ist kein Kilometer im Auto und mit unserem Klima zugutekommen. Viel Spaß weiter euch allen.